Heiner, jetzt kennen wir uns ja ein bisschen, jetzt die individuelle Frage, eine persönliche. Wie kam es zu dem Bart, der macht doch ein bisschen traurig so im Outfit, oder? Ich bin aber nicht traurig grundsätzlich. Muss ich auch sagen. Ja, den habe ich aber jetzt schon 40 Jahre, zwei, dreimal musste er zwar dran glauben. Warum? Wette? Einmal damals an der tschechischen Grenze, da stimmten Bilder in Visum und passen nicht immer ein. Da bin ich aus dem Zug rausgeholt worden, hatte nur die Möglichkeit, dann der Mannschaft nachzureisen. Wenn ich mich rasierte und ein neues Foto machte, ja, dann mal eine Wette innerhalb der Mannschaft. Und das letzte Mal war bei der Gewinn der Europameisterschaft 2004. Wollten mich die älteren Spieler mal einmal ohne Schnäuzer sehen oder durften sie alle mal dran schnippeln? Steht Ihnen gut. Heiner Brand, vielen Dank. Wir sehen uns gleich noch in der Diskussion. Dankeschön.